Das ist die Campuzon-Haube. Das ist der Kopfschutz. Schau mal da bitte. Soll ich mich mal anschauen? So. Und jetzt kommt dann die Kettihaube. Ich kann schon mal fahren. Ja, jetzt kriegst du alles. Ohne die Haube hast du das gerade. Das ist aber nicht schön. Jetzt geht es jetzt los. Welchen Helm magst du denn? Was für einen Helm magst du denn haben? So ein ganz schöneres ist der hier. Siehst du auch noch was? Na, die Nase ist oben. So, was brauchen wir jetzt noch? Handschuhe? So. Dann die Waffe. Natürlich brauchen wir Waffen. Komm her. Rechte Hand. Was ist meine Damen? Was ist heiß? Mit Kettihaube. Ja, mit Schwert und verlobieren. So, da den Damen rein. Und welche Waffe nehmen wir? Ja. Oh, ich kann mich so schwer haben. Ich muss eine Leifung. Morgenstern. Morgenstern. Also gut. Oh Mann ey. Halt hoch. Halt hoch. Halt hoch. Halt. Halt. Halt hoch. Halt hoch. Halt hoch. Halt hoch. Dann nehmen wir was Leichteres. Oh Mann, ein Schwert. Jetzt muss ich ein Schwert halten. Ach, das ist noch schwerer. Schau, jetzt hat es ein kleines und toll. Ja, wie ein Hobbit, aber es würde ein Schwert geraten. Ja, Mann. Ja, Mann. So, schau. Das ist gut, das kann ich schon mal. Jubel! Gut. Können wir jetzt heimgehen mit dem Zeugs? Ja, das ist da, was runterfällt. Schau mal her, oder was für dich? Oh Mann, ey. Hast du sie? Ich helfe dir nicht. Ich schaff's nicht. Ich helfe dir. Die Schritte sind schwer. Die sind alle schwer. Ja, die kämpfen auch mit einer Hand. Ja. Ich helfe mir so. Ja. Siehst du? Mhm. Aber es ist schwer. Ja. Na ja, man muss ja Wucht aufbringen da. Papa. Ja. Jetzt machen wir Platz bis zur Nase. Ja, sicher. Da magst du einen anderen Heim aufsetzen. Die hätten wir was für dich. Schau mal. Oh, jetzt ist wieder leicht. Oh. 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 Oh my God. Oh my God. Das war einer. Das ist ein Reiserhelm. Wow. Danke, warte. Very well. Was hat eigentlich so eine Vollrüstung gewogen von so einem Ritter? Das sind 50 und 60 Kilo. Also die, die vollblech sind? Nein, nein, nein. Wir reden, unsere Zeit gab es noch nicht. Anfang 13. Jahrhundert, Stauferzeit, die ganze Stauferzeit war Kette. Was es noch gab, es waren so Armschützen gehabt bereits. Wann sind denn da die Dinge gekommen, wo wir in den meisten... Plattenrüstungen kommen später. 14. Jahrhundert, 15. Der ist am schwersten.